Was ist das WACU-Sportgerät? Der Performance bei Leistungs- und Hochleistungssportlern, die deutlich bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie mit diesem Gerät zusammen trainieren und vor allem im Bereich nach Sportverletzungen, nach Suspinationstraumen oder nach den typischen Themen, die mit dieser Sportverletzung einhergehen. Da verhilft dieses Gerät zu einer deutlich schnelleren Regeneration, Rehabilitation, was so viel bedeutet, dass der Spieler deutlich schneller wieder zur Verfügung steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017